Hallo Klickenabendler! Wir sind auf der Nürnberger Spielwarenmesse. Wir ist in dem Fall der Jörg und ich. Das ist ein Novum, weil wir das schon ewig nicht mehr hatten und fühlt sich sehr cool an. Wir sind jetzt gerade bei Plan B Games. Neben mir ist die Sophie. Hallo Sophie. Wir haben hier eine der Spielneuheiten und zwar handelt es sich in diesem Fall um Century Eastern Wonders. Das ist das zweite Spiel der Century Reihe. Das erste Spiel kam raus, ich glaube vor zwei Jahren? 2016, ja. Oktober 2016, äh June 2016. Das ist jetzt das zweite Spiel der Reihe. Das kann man komplett alleine spielen. Es ist auch ein komplett anderes Spiel. Man kann es aber auch mit dem anderen Spiel verbinden und hat dann ein großes Spiel. Es sollte sogar noch ein drittes folgen. Und die Sophie erklärt uns jetzt das ganze mal kurz um was es geht in Englisch, damit ihr schon mal wisst was auf euch zukommt. Ich denke wir werden euch das Spiel dann noch separat vorstellen. Ok Sophie, so what is the game about from the sea? Well, es ist ein neues Twist zum Century Spice Road. In dieser Version des Spiels, oder in dieser Spiel, wir nehmen jetzt die Traders zum Meer. Und wir beginnen das Spiel mit einem Archipel, also ein paar Islands, zusammen mit denen ihr verbinden. in dem Moment element ihr wollt. So, jeder Spiel hat eine andere aimseine. Of course, wir uns auf den Beginen öffnen zu starten, wir sagen, dass wir mit einer guten Board figure machen wollen, aber wir können einen selbst machen. Einige Sache ist, dass wir die vier Porten auf die Islanden auf diesen Isländen, zu verkaufen, wie Sie sehen können, um die merchandise, die Sie in diesen vier verschiedenen Porten verkaufen wollen. Die coolste Sache über diese Version ist, dass Sie ein Modulierbord haben. Die zweite Sache ist, dass Sie einige Möglichkeiten haben, dass Sie die anderen Spieler hindern. Die erste Sache hat die Vorteile auf einem Isländen, die die anderen müssen, um sie zu bezahlen. So können Sie sich hindern, was die anderen Spieler tun. Also wenn jemand diese Isländer benutzt, dann kriege ich etwas davon. Genau, und wenn Sie mit zwei Schäften treffen, dann muss der andere auch etwas bezahlen. So können Sie die eigene Maschine bauen, aber Sie können auch schauen, was die anderen tun, und Sie können sie hindern. Die zweite Sache über diese Sache ist, dass Sie, wenn Sie die Betrachtungen auf die verschiedenen Isländer, die Sie besuchen, dann können Sie die Aktion machen. Als Sie diese Betrachtungen benutzen, als Sie die Betrachtungen benutzen, Sie werden die Endpunkte gewonnen. Wenn Sie sich die Betrachtungen auswählen, können Sie einen Bonus wählen. Und diese Bonus sind Dinge, die man durch den Rest des Spiels benutzen kann. Manche sind sehr interessant. Ich habe ein extra Lager. Warehouse. Ja, ein extra Warehouse. Du hast victory Points. Du hast extra Cubes, wenn du trade. Und du kannst, zum Beispiel, ein extra Move auf dem Board. Mit dem Schiff. Ja. So, das Ende des Spiels. Der Spieler, die die meisten Punkte hat, auf den Porten und auf dem Board gewinnt. Eine andere Sache, die sehr interessant ist. Wenn ich zum Beispiel hier komme, oder ich komme zu diesem Port mit meinem Schiff. Und ich habe die Cubes, die ich brauche. Also habe ich die vier rote Spice. Und die zwei brauche Spice. Ich habe, wie in der ersten Spiel, eine maximale Kapazität von 10 Cubes. Also habe ich das. Ich entgegen die Porte. Ich paye diese Cubes. Und ich nehme diese 16 Victory Points für mich. Für den Ende des Spiels. Eine neue Portile kommt. Von der Stockpile. Randomly. Und ich gebe das. Aber. Und während des Spiels. Eine Porte kann geschlossen werden. Und das kann sein. Das kann sein. Das kann sein. Das kann sein. Und das bedeutet. Dass jetzt. golf. Es gibt vieles. Es gibt. Es gibt, was die Figur. Und das kann sich über die Spiels. Und nicht, was ich hier habe. Wie. Und hier. Und hier. Nein, dieses Port hat geschlossen, für dieses Runde ist es fertig. Als nächstes Mal dieses Port wird geschlossen, wird dieses Port geschlossen sein, und dieses Port wird eine neue Tile bekommen. Es gibt viel Bewegung. Es ist nicht ein Discovery-Games, aber es gibt viel Bewegung und Interaktion zwischen dem du, was du und du, was die anderen versuchen. So, Century ist wieder die gleiche Recipe. Wir haben eine 1-Page-Runde, zurück und weiter, für dieses Spiel. Und wie du gesagt hast, in der Präsentation, eine andere coolste Sache ist... Du kannst es mixieren. Ja, du kannst es mixieren. Es gibt eine 1-Page-Runde. Wenn du die 1st Century Spice-Runde gewonnen hast, indem du die Karten des ersten Spiels und diese spezielle Runde, dann kannst du die 2-Page-Runde verbinden, und das macht es noch mehr integrierter. Okay. Der Spiel ist bereits produziert. Ja, du hast eine produzierte Kopie hier. Willst du es auch finden in Abacus, die deutsche Version? Nein. Die Distribution für Plan B-Runde hat sich in Pegasus geändert, und der Spiel wird in Juni dieses Jahr released. Okay. Aber die Leute können dann auch die 1-Page und die 2-Page-Runde kaufen? Ja, absolut. Die 1-Page-Runde ist noch in Distribution und in den Shoppen. Okay. Aber die neue 1-Page-Runde kommt in Juni. Great. So, wann werden wir die 3-Page-Runde sehen? In 2 Jahren? Ah. Perhaps, oder? Well, look. Das ist Januar. Du siehst es 6 Monate, bevor es eröffnet wird. Wahrscheinlich sehen wir die 3-Page-Runde in Nuremberg. Oh, cool. Aber es wird für Juni 2019. Sehr cool. Alright. Dann, danke für deine Zeit. Du bist sehr willkommen. Danke, dass du kommst. Und wir sehen uns dann nächstes Jahr, okay? Sure. Oder in Essen, of course. In Essen, of course. Okay. Thanks. You're welcome. Bye.